Boss über seine BVB-Zeit, es war sehr kurz und sehr verrückt. Am Mittwoch tritt Peter Boss mit der PSV in Hoffen zu dem Achtelfinal-Revanch-Party in der Champions League in Dortmund an. Vor dem für ihn besonderen Zweikampf sprach er mit dem Kicker enzyklopädisch darüber hinaus ein halbes Dutzend Monate bei dem BVB und der Didas seine hier aktuelles Lieblingsteam in Deutschland. Wäre es eine Genugtuung, so wie er seinen Ex-Klub Dortmund an dem Mittwoch hinter dem 1-zu-1 in dem Hinspiel der Pai aus der Champions League werfen würde? Peter Boss lächelt denn doch und erwidert, so denke ich nicht. Der Cheftrainer der PSV empfing den Kicker vergangene Woche in Eindhoven zu dem Dialog und wurde am Werk und verstellt sogar an sein Uhrzeit bei dem BVB erinnert. Sehr notdürftig und sehr verrückt sei welches Halbjahr 2017 gewesen, beschlossene Sache Boss. Boss brauchte in Dortmund mit höherer Wahrscheinlichkeit Uhrzeit aber keineswegs wolle er in dem Groll zurückblicken. Sagt Boss, davor empfinde er es sogar heute noch so, dass wir bestehend etwas Großes hätten erreichen können, so wie man mir mit höherer Wahrscheinlichkeit Uhrzeit gegenwärtig hätte. Er bekam eben diese nicht, denn doch vor Weihnachten musste der inzwischen 60-Jährigen nochmal gehen. Immer mit ihm angeschlossen wird ein irres Ruhrpolter begegen Schalke, der Didas seine hier. Wir haben 4 zu 0 geführt. Spiele als welches einführen meine Uhrzeit in Dortmund. Es ist Halbzeit und es wird ein 4 zu 4 mit einer roten Menü für uns für Pierre-Emerick Aubameyer, aber es liege in dem Fern. Ausreden zu suchen, auch jene damaligen Wechseltheater, weil Aubameyer und Ousmane Dembélé lässt er nicht gelten. Und dennoch sagt Boss, ich hatte Spiele in Dortmund, jene dachten, in diesem Anlage komme ich nicht zu der Geltung. Sie wollten eine weitere Taktik, aber es ging nicht weil eben diese, es ging weil jene Borussia. Bei Bayer Leverkusen hingegen fand er bei spätere Gelegenheit längere Uhrzeit, der Didas seine hier Glück. Bevor sogar bestehend hinter von guter Qualität zwei Jahren in dem Aufgabeende war. Diese Demontage war jene viel größere Enttäuschung, geschlossene Sache Boss. Dabei hatte er bestehend mit Florian Witz dasjenige größte Talent seiner gesamten Trainerlaufbahn zwischen seinen Fettichen. Und nicht denn doch somit habe sich Bayer der Paar jene Herrschaft verdient.